Herzlich Willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate. Und ich sage auch herzlichen Glückwunsch BNP Paribas. Der Sieger, bester Emittent wurde bestätigt. Gewinner über alle Kategorien beim Deutschen Zertifikatepreis 2024 ist die BNP Paribas. Die Jury und die Privatanleger haben dem Zertifikatehaus die meisten Punkte gegeben. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Der DAX, der ist heute Morgen nicht ganz so bullisch wie gedacht. Nach den Gewinnen der letzten Woche hatten die meisten gedacht oder erhofft, dass der DAX im gleichen Tempo weitermarschiert. Bei 18.700 ist derzeit eine Begrenzungslinie. Wird sie nachhaltig überwunden, werden wir neue Allzeithochs bekommen. Eine breite Unterstützung hat der DAX bei 18.200 Punkten. Wird diese wiedererwartend unterschritten, sind 1.000 Punkte Downside möglich. Dann wäre der Markt aber immer noch bullisch im Gesamtbild. Der September ist in der Regel schwach oder zumindest volatil. Bis in den goldenen Herbst hinein ist es noch etwas hin. Ganz knapp vor uns sind Konjunkturdaten, Retail Sales in den USA. Hier werden die Einzelhandelsumsätze schwächer erwartet. Ein Beleg für eine schwache US-Wirtschaft. Am Mittwoch dann die US-Notenbank-Sitzung mit dem Zinsentscheid. Mittlerweile hat sich die Hoffnung festgesetzt, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen um ein halbes Prozent senken könnte. Was ich als unwahrscheinlich sehe. Zum einen wäre es schlimm und die Wirtschaft bestellt, wenn die FED gleich so massiv senken sollte. Zum anderen würde man die Zinswende gleich mit zwei Stufen nehmen. Mehr als ungewöhnlich. Vor allen Dingen auch vor den US-Wahlen im November. Und wenn die US-Notenbank dem Markt etwas vorab sagen möchte, würde sie es über das Wall Street Journal lancieren. Hier arbeitet seit Jahren ein Ex-Notenbanker, der als FED-Flüsterer bezeichnet wird. Genauso spannend sind aber auch die Aussagen der Bank of England zu werten. Hier geht es neben Zinssenkungen auch um die Reduzierung der Anleihenkäufe. Und noch wichtiger ist auch am Freitagvormittag die Bank of Japan. Die Kreditkosten werden hier nämlich steigen. Und im Vorfeld fällt der US-Dollar-Yen auf 140. Das könnte morgen dazu führen, dass der Nikkei seinen Ausverkauf fortsetzt. Denn heute ist Feiertag in Japan und daher kann der Markt nicht reagieren. Eine Reaktion gibt es seit Wochen beim Gold. Heute Morgen ein neues Hoch. Und im Schlepptau weit dahinter ist Silber. Heute wurde ein Abwärtstrend von unten nach oben durchbrochen. Ein starkes Signal für Silber. Aber charttechnische Signale müssen am besten ein paar Stunden oder Tage reifen. Bleibt der Silberpreis stabil über der Marke von 30 US-Dollar je Feinunze, sieht es gut aus. Silber ist gegenüber Gold eher keine Reservewährung oder auch weniger ein Spekulationsobjekt, mehr ein Industriemetall. Die Silberbullen sprechen immer von einer enormen Nachfrage aus der Solarbranche. Keine PV-Anlage ohne Silber. Würde der Bedarf so anhalten, würde ein Nachfrageüberhang entstehen und die globale Nachfrage könnte um 30% steigen. Das würde die Silberproduktion aus den Angeln heben. Im Gegensatz zum Leitmetall Gold ist Silber aber noch weit, weit von seinem Allzeithoch entfernt. Der Rekordpreis aus dem Jahr 2011 lag bei 50 US-Dollar. Die entscheidende Abwärtstrendlinie befindet sich im Bereich der 30-Dollar-Marke. Schafft der Silberpreis diese Hürde zu überwinden, rückt das Jahreshoch bei 32,51 Dollar in den Fokus. Schließt der Kurs auf Tagesbasis über dieser Marke, dürfte es schnell in Richtung 40-Dollar-Marke gehen. Wer das Ganze mit einem dreieinhalbfachen Hebel spekulieren will, der macht das mit der WKN Paula Cäsar 7, Qualle Emil 0. Ein klassischer Optionsschein mit einer Laufzeit bis März nächsten Jahres. Der Schein kostet 3,39 Euro im Kauf. Das beinhaltet rund 2 Euro innerer Wert und den Rest Zeitwert. Bis Jahresende würde sich der Zeitwert nur moderat abbauen. Ab 3 Monate vor Laufzeitende, also hier am 21.03.2025, würde der Abbau des Aufgeldes dann auch zunehmen. Und sollte Silber sich jetzt über der 30-Dollar-Marke festsetzen und später die letzten Hochs überwinden, dann sind hier schnelle, gehebelte Gewinne möglich. Sollte der Ausbruch misslingen, kann man mit dem Optionsschrauen durchaus auch warten, denn hier besteht kein Knockout-Risiko, nur die Zeit läuft einem davon. Ich würde hier aber nicht auf ein Allzeithoch wetten. Nicht gierig sein, 20-30% Gewinn sollte reichen und dann Stopp Einstand und die Hälfte mitnehmen. Seit Tagen steigt die Aktie von Biontech von 80 Dollar auf über 120 Dollar. Und begründet wird das mit dem ESMO-Kongress. Auf dem im Barcelona stattfinden Kongress werden die in der Entwicklung befindlichen Produkte aus der Multiplattform Onkologie-Pipeline präsentiert. Hier werden Prüfdaten aus Studien vorgestellt, insbesondere mRNA-basierte Krebsimpfstoffe und innovative Immunmodulatoren mit zielgerichteten Therapieansätzen. Diese drei Ansätze sollen in Kombination der Schlüssel sein. Es werden Daten aus drei klinischen Studien präsentiert. Soweit die Ankündigung. Im Netz kursieren schon ein paar Folien aus der Konferenz. Nur richtig interpretieren kann die niemand. Und alleinig der Kursanstieg sagt, da geht was. Für uns derzeit noch zu wenig. Lieber auf die Fakten warten. Die Aktie kann schnell wieder unter 100 Dollar stehen. Außer es werden konkrete Produktlaunches erkennbar. Und Studienergebnisse reichen per se erst einmal nicht aus. Soweit für heute. Bis morgen bei TellMe und heute Abend vielleicht bei Storylines auf meinem Kanal. Bis dahin, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Nein! Untertitelung des ZDF, 2020